das die dann an mir auch in der mitte das stirbst wenn du ganz links stehen weil später nicht mehr land land so sind voll die selbstmordattentäter eigentlich die schon sterben für ihren könig den kuscheltiger wow wir haben kein u stimmt können im kenne so ich nicht das ist mir zu riskant feige sau ich hasse sie und ich hasse diese vier ich hasse sie und er bleibt aufhängen und ich bin ich wenn ich jetzt sterbe ich konnte nur da wechseln ich konnte nicht anders wechseln du dreck sei natürlich kurz vorm exit wieder ich konnte ich ich kann nicht wechseln ich konnte ich konnte nicht du hast dich wieder in meinen untergang geschenk ich konnte nicht so typisch klicken so ich konnte nicht nur damit du noch eine 18 hast ich konnte nicht wechseln ich konnte nicht wechseln dann war das scheiße jetzt noch wechseln können vor du da runter gesprungen ich habe doch dann gewechselt aber es ging halt nicht anders ich konnte nicht ja ja du bist so du bist so punkte geil ist unglaublich hat damit nichts zu tun ja ja nein ich steck dir nicht am arsch sag ich jetzt hat nichts mehr ein leben gemacht du schimpfst mich so das ist nicht anders verdient ich bin ganz traurig ich würde die schlangen hier wenn ich schon nur einen keks hätte kriegst aber keinen keks höchstesten vergifteten ich habe einen abschotten und die geile ab ins kopf mal hier kommt auch eine dumme stelle mit schlangen nein bienen alt ist man nicht das auch noch nicht oder war es das ja nicht ach es kommt noch so eine ähnliche städte dann ron Nächste Zeit klappt es gut. Ich hoffe, in meinem zweiten Teil bist du nicht so punktegeil. Ähm, ich bin nicht punktegeil. Jaja. Aber du, ja? Das hat nichts zu tun, ich konnte nicht wechseln, ich hab einfach die ganze Zeit gedrückt und irgendwann hat das funktioniert. Geil. Ja, sagst ja schon. Mhm. Also glaubst du mir? Okay. Nee, ich glaub dir nicht. Und du, Lars, scheiße. Mhm. Mhm. Wie kann man mir nicht glauben? Was? Ich bin ein braver Bub. Ich weiß schon, wie schwul sich das gerade angehört hat. Lass mich doch babbeln. Ja, los, geh deinen katholischen Priester finden. Ich hoffe mal, dass dein spätere Berufsfall nicht katholischer Priester ist. Nein. Auch wenn ich keinen aufsuchen werde, bloß, ich werde dich dann ziemlich auslachen, wenn du's bist. Ich hoffe. Ich würde niemals katholischer Priester werden. Evangelischer? Vielleicht. Was heißt das jetzt? Der entscheidende Unterschied. Ja. Und zwar den, dass wir keine kleine Kinder ficken. Nein, evangelische Priester machen das nicht. Die dürfen ja Geschlechtsverkehr haben. Ja. Das ist der entscheidende Unterschied. Ja. Oh, das ist ein böses Thema. Oh, perfekt durchgeschafft. Wir verdienen Leben. Soll ich dir immer wieder ein Zool. Ah. Scholz. Scholz. Ich darf dir nicht sagen, bevor du's nicht gesagt hast. Ja, eigentlich würde ich dich jetzt hauen. Nein. Nein. Komm, dauert nur noch was. Um die Uhrzeit geh ich bestimmt nicht mehr zu dir. Ach, da darfst nicht mehr raus. Nein. Stammt. Hedgehog. Nein, weil du um die Uhrzeit alles, was zu dir kommt anfängst, durchzurammeln. Nein, Schatz. Nein. Nicht alles. Nur eine Person. Hm? Egal, ich verknall es mir. Was? Geh doch hoch und hol das Leben. Ja, versuch ich. Jetzt. Drück. 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 Du musst Rollen gedrückt halten. Und nach links gedrückt halten. Mach ich. Ach, vielleicht kann der kleine auch weiterspringen. Warte, das Seil bewegt sich auch so ein bisschen nach rechts und links. Pass mal auf. Guck. Hm. Vielleicht kann der kleine ist auch besser. Das gibt's doch nicht. Wieso greift er das nicht? Vielleicht ist es einfach. Nein, 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 nein. Lass doch jetzt einfach. Du musst da rausgehen, sonst kannst du dich nicht rollen. Ja, so klar. Ja. Was ist eigentlich dran? Hm. Hm. Das ist eigentlich dran. Hm. Hm. Wer dran ist. Hm hm. Ich hab's auch letztes Level gehabt. Das stimmt, aber ich hab's natürlich nicht beendet. Hm hm. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020